So, das Feuer ist noch nicht an, aber der Würfel ist jetzt abgeladen und da dürfen wir jetzt noch ein bisschen Freiraum für Kinder draufschreiben und ein bisschen mit Farbe arbeiten. Und dann ist die Demo schon fast fertig und ja, ich freue mich hier auf den Platz da oben. Da ist nämlich Zumhof und ein alter Bolzplatz und es ist wunderschön hier und es ist viel Platz, wie man sieht, zum Spielen und Bauen, wenn man will und wenn man darf, nicht wahr? Und ich erlaube mir hier das Blümchen noch rein zu machen, wenn ich irgendwie einen Spate finde oder mit meinem Schwert kann ich das Blümchen dann eingraben auch noch. Ja, genau, so sieht es dann immer aus auf der Demo. Machen wir mal noch einen Rundumschwenk. Ja, die Farben stehen noch drin und auch die Getränke, es hat ja auch immer alles Getränke und Essen für alle. Ahoi Kameradinnen! Ahoi Kameradinnen! Vielen Dank.